Was war das nur für eine Idee, sich weiß zu machen? Hat es doch alles nur schlimmer gemacht. Er hat gedacht, er kann sie alle besiegen. Aber er hat ihm wenigstens die Stirn geboten. Er hat sie wenigstens einmal ausgelacht, als er nichts mehr zu lachen hatte. Ich glaube nicht, dass sich das jeder damals getraut hätte in der Zeit. Und das war schon ein großes Stück, was er da geleistet hat, in meinen Augen. Er hat nie aufregend, hat sich nicht unterkriegen lassen. Er ist vorangegangen und war ein, wie heißt das, so ein Hero. Das Kind ist der schwächste Punkt. Er hat sich nicht unterkriegen lassen. Er hat sich nicht unterkriegen lassen. Ich glaube nicht, dass ich es nicht unterkriegen lassen. Untertitelung des ZDF, 2020